Prozent doch auch auch der Klai 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 dann sein du musst ja alles zerstören von den Lego Sachen doch traurig so das verstehe ich noch nicht so ganz weil er hat vorhin gesagt verstehe ich noch nicht so ganz drücke B wenn das Symbol der fantastisch vorstehst ja das wissen wir aber da oben kommen wir ja noch gar nicht hin wegen dem Propeller und ich bin jetzt davon ausgegangen wir nehmen das Schild aber das Schild bringt uns hier gar nichts ich hätte vorhin da oben erst bleiben müssen Leute ich werde mich mal ganz kurz opfern wo kommen wir jetzt wieder hin oh wieder hier scheiß Dreck wieder da ich muss hier wieder hoch ich hätte da vorher nicht runterspringen dürfen ich schwachkopf oh 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 da hätte ich nicht springen dürfen da hätte ich nicht springen dürfen eu eu r ja 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 perfekt so nochmal hier hoch Klack, 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 klack. Hier ran. Hopsa. Hopsa. Hopsa, jawohl. Äh, nee, noch nicht. Das müssen wir alles zerstören hier. Jawohl. Haben wir. Aber das geht leider noch nicht. So, jetzt sollen wir doch da... Hä? Ich hab doch da vorhin vorgestanden. So, jetzt sehen wir, was passiert. Und jetzt geht das Ding dann aus. So. Mein Gott. Manchmal funktioniert es nicht so... Ah, da kommt er ja schon von alleine. Sehr schön. Hier müssen wir auf das fantastische Sportzeichen gehen. B-Taste. Klack, klack, klack. Wassertank füllen oder leeren? Füllen. Und ist auf Platz. Atsch. Sehr nice, sehr nice. Okay. Hier, bauen wir was. Ui! Oh. Werde ich doch. Ypsilon. Oh, der Feigling haut ab. Oh, dass der immer die Wände kaputt machen muss. Achtung, er ist weiterer Autobahn. Alter, Schild ist einfach episch, Leute. Zang, 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 zang. Mal vier. Jawohl. Voila. Nur diese Dinge hab ich noch nicht so ganz verstanden. Diese, diese Teile, da wie ich die kaputt kriege. Ja, das kennen wir ja schon mit B. Ich glaube kaum, dass ihr mir hier rüber folgen werdet, ihr Helden. Ihr Helden. Jetzt sagt er schon Helden. Vorhin hat er uns doch Schwappis genannt und durchgebracht. Oh, Captain America. Kamera erstmal wechseln. Ändern hier irgendwie. Geht aber noch nicht so ganz. So, wollen wir das hier auch mal alles zerbröseln. Gehört halt zum Spiel dazu. Und ich find das auch sehr nice, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist das, was Lego ausmacht. Man macht hier die Lego-Sachen kaputt, die einer so mühselig aufgebaut hat. Hm, hat man doch als Kind gerne gemacht. Da kommen wir nicht hoch. Halt, warte mal. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, was wir machen. Ja, das mit dem Flammenwissen war jetzt. Jetzt zeigt das doch an. Das mit dem T-Kanal, das ist episch. Das mit dem T-Kanal, das mit dem T-Kanal. Das mit dem T-Kanal. Komm, könntest du dich bitte mal wieder verwandeln? So. Dass der immer Bockmiss macht, der alte Ochse hier. So. Aber erst mal müssen wir hier die Sachen hier auch noch alles kaputt machen. Man weiß ja nie, für was das gut ist. Okay. Ich würde sagen, weiter geht's. Hey, hier hinten liegen noch ein paar Steine. Sehr schön. Hier hoch. Okay, hier noch nicht. Ah, alles klar. Oh. Jawohl. Da kann nur Captain America äh, fantastisch Force rüber. Dann zerstören wir doch einfach hier mal was aus Zufall. Und schon haben wir wieder was, wo wir unser Schild rein machen können. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Mach doch mal das weg da. Alles klar. Da schicken wir den Lift für fantastisch Force. Und da haben wir aber erst noch so einen kleinen Schnapperchen. B-Taste. Jawohl. Hier gucken wir erst mal nach dem Rechten hier das Sofa kaputt machen. Wir Kinder, dass wir mal ein paar Warten nicht so viel rumliegen und faulenzen, würde ich mal sagen. Das haben wir hier, ne? Gibt ja alles Punkte. Upsala. Und dann müssen wir hier auch nochmal gerade nach. Ne, da füllen wir oben die Upsala. Die, äh, Punkte auf. Und jetzt gehen wir mal nach oben. Sehr schön. Na, ich hatte die Zeit gar nicht laufen. Also weiß ich gar nicht, wie lange wir aufgenommen haben. Auch nicht schlimm. Was haben wir hier? Hier haben wir noch Steine ohne Ende. Alles einsammeln. Vorsicht, Dr. Richards. Da geht's tief runter. Jawohl. Haben wir. Hier müssen wir was bauen. Wahrscheinlich für Captain America, dass er hier rüberkommt. Wir müssen uns erst mal hier alles beseitigen. Weg mit den Bösen. Oh, er liegt da oben als in der Pascha wäre. Naja, wir kommen gleich. Ich brauche erst noch die ganzen Steine. Und wechsel mal auf Captain America. Hier holen wir uns doch gerade ein paar extra Punkte. Warum kann ich jetzt die ganzen Blumen nicht markieren? Doch. Toll. haben wir auch sehr schick. Sehr schick. Sehr schick. So. Geht doch. So. Weiter geht's. Zack. Da haben wir ihm mal gleich einen gegeben mit dem Schild. Da kackt er. Es ist ja ein feiger Hund, ne? Hier können wir nichts bauen. Okay. Das ist wieder was für den Fantastisch Vor. Und schön da durchquetschen. Sehr schön. Hier die Punkte einsammeln. Jetzt können wir hier vielleicht noch irgendwas mit anfangen. Nein. Weht das so? Komm. Jawohl. Was passiert jetzt? Jetzt bin ich hier mal entspannt. Wir reißen hier alles kaputt. Und müssen bauen. Sehr schön. Ah, ich mag das ja, ne? Kriviert man doch gleich wieder Kind. Oh. Wie krass. Ne Abrissbirne. Klatsch. Parker, mach deine Arbeit. Ich brauche ein paar News für den Bugleaufbau. Parker, mach deine Arbeit. Ja, Sir. Netface. Du kennst dich aus mit dem Netz, richtig? Mit dem Netz? Ja, das ist mein Job und mein Hobby. Hahaha. Das ist mein Netz und mein Hobby. Dr. Octopus. Sie sind ein richtiger Doktor, oder? Mir tut es nämlich hier weh. Hahaha. Deine billige Krankenversicherung übernimmt keine Kontrollbesuche. Hahaha. Deine billige Krankenversicherung übernimmt keine Kontrollbesuche. Kontrollbesuche, richtig gut. Parker, ich brauche Filmmaterial davon für die Website. Kann doch nicht so schwer sein. Schließlich kommen dieses Mal die News zu uns. Du könntest es mit deinem Smartphone aufzeichnen, JJ, wenn du herausbekommst, wie man es einschaltet. Hahaha. Du könntest dein Smartphone ja einschalten und das aufnehmen, wenn du wüsstest, wie es funktioniert. Hahaha. Hey, Leute. Okay. Wieder mit drei Leuten Spider-Man. wieder dabei Spider-Man. Spider-Man. Ja, Leute, wenn ich mich ein bisschen dusselig am Anfang einstelle, es ist halt mein erster Lego-Teil und dass man so drauf achten muss, wie man die Sachen baut, hätte ich am Anfang nicht mit gerechnet. Ich hätte gedacht, das wird... zufällig in der Nähe saß Spider-Man. Doc Ock hat wichtiges Material geklaut. Okay. Wir speichern aber trotzdem erstmal. Gut. Und ich möchte jetzt erstmal hier mit Captain America hier ganz kurz die Pap-Extra-Punkte holen. Das geht mit dem schneller. Jawohl. Dann erstmal hier wieder alles zerbröseln. Komm, mach die. Und jetzt mach das nicht. Nein. Ach, der hat sich zurückschwingen bei ihm, ja. Ein Netzschwingen, Beta-Sir. Rums. Jetzt kommen wir rüber. Jawohl. Spider-Man. Spider-Man. Was in der Nähe. Ja, ja. Wir müssen aber jetzt erstmal hier aufräumen. Ja. Das ist bei dem Spider-Man etwas. Ja. Jetzt gucken wir. Hier kann er hochklettern, der Spider-Man. Alles klar. Erstmal schauen wir uns hier um. Wie hab ich das denn jetzt gemacht? Etwas in der Nähe. Ah, zweimal B drücken. Dann können wir mit Spider-Man, äh, das machen. Sehr schön. Einmal da. Davon müssen wir wieder ein bisschen weiter weg gehen, oder? Und dann müssen wir mit dem fantastisch vor. Hier hin. Der kann da nicht hoch. Und warum ist der Spider-Man jetzt runtergegangen? Ah, ich brauch doch nur B drücken. Blöd, Mann. Alles klar. Der Motor läuft. Ah, jetzt können wir uns da hochfliegen lassen. Sehr schön. Na komm, nochmal. Ey. Da brauchen wir uns so draufstellen, okay? Du auch. Sehr schön. Alle oben. Hier müssen wir was bauen. Und B-Daste, X. Sehr schön. Die Steine nehmen wir uns natürlich mit. Jetzt will ich trotzdem mal gucken. Diese Sachen hier habe ich noch nicht so ganz. Wir gehen mal weiter. Die Steine nehmen wir uns